Ach Mario, mir tut schon... mir... Scheiße, mir tun die Finger weh. Ich glaube, ich hab mir die Fingerlins gebrochen. Ach, zwölf Minuten, nach zwölf Minuten, äh... Oh Gott, bin ich gut. Ab jetzt könnt ihr mich Gott nennen. Und sowas wie, Herrgott oder... oder... Oh, Mario, wie hab ich das vorhin gemacht? Ah, aber ich kann dann nach links runter. Es ist so einfach. Ja, man glaubt es kaum. Dieses Spiel ist halt wie ein verfickter, toller Traum. Nein, Mario... Er fällt einfach runter, Mario, bitte. Da sind die Zuschauer auch schon einiges mehr gewöhnt, als so eine lächerliche Herunterfallmaschine. Kurz mal den Anus gebrochen. Also, runter, runter, schau! Mario! Mario, wie kommen wir da rüber? Der Mario, ich weiß es doch auch nicht. Du spielst doch, du Idiot. So, also warten ist manchmal schon die bessere Variante, nicht wahr? Da kannst du nämlich schön... Ich bin Gott. So, da oben kommt jetzt... Ja, genau, da muss ich nämlich Ding hier machen. Scheiße. Der Yoshi, mach's nicht. Mach's nicht. Bam! Gott, bin ich... You bitches! Nein, ich hab geladen. Ich bin ein Zickerig. Aber ganz schnell, doch. Beim ersten ist es immer so, ne? Beim ersten Mal klappt es saugut. Und dann spielt man wie ein Kind. Oh, mein Gott. Der fällt einfach runter, wie die Tante Kunde bunter. Yoshi, bitte bleib doch einfach mal am Mann. Ja, ja, so gut. Zack, zack, zack. Ähm, Stein? Ja, wer mich... Wer mich noch kriegt. Ha, 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 Bludo! Ähm. Scheiße, Yoshi, ich hab irgendwas vergessen zu essen. Yoshi, du Fickerig, Mann. Da. Ich hab irgendwas vergessen zu essen. Jetzt muss ich es noch mal machen. Eigentlich wird er jetzt zum Yoshi und kann fliegen. Einfach weggedreht. Ich weiß noch, ich hab die Stelle mal ohne Yoshi versucht. Da war ich noch ein richtig harter Kerl. Da war ich echt ein Hardrick. Ich hab's versaut. Komm, wie er es tritt. Ba, 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 stirb Yoshi. Aushalb des Levels speichern, zack. Das ist das Speichern, Mann. Bin ich behindert? Ich bin zu dumm zu speichern. Ich bin so voll cool aus. Aushalb des Levels speichern. Aushalb des Levels speichern. Ja. Auf beiden Slots. Dann in den ersten Slot reingehen und nur mit dem ersten spielen. Natürlich, es entsteht ein Notenblock aus dem Nichts. Das wollen wir ja mal sehen. Das kann ich Ihnen so nicht abkaufen, meine Dame. Das ist doch eine Ferkelei, ist das? Vor allem, man muss immer gucken, speicher ich jetzt wirklich? Bin ich wirklich imstande? Gott, ich bin so gut. Kurz speichern. Hätte ich jetzt essen müssen? Nein, oder? Jetzt flügt mich nicht an. Das hätte ich nicht. Nein, ich kann es nicht essen. Ich esse alles. Das ist mir scheißegal. Das ist mir gerade mal. Bestimmt, ah, das da. Man will nicht getroffen werden und dann trifft es einen immer. Aber wenn man es inzwischen will, wisch? Dann bilden Sie einen gestrickt raus. Ihr könnt mich mal schön kreuzweise an der Pupel schmatzen. Denn nun. Denn nun geschieht Magie. Achso, hier muss ich ja weiter. Okay, Joshy. Okay, du bist Josh. Also, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich das, ob ich das. Ja, steht das so in meinem Vertrag. Ich muss mal eben meinen Vertrag, meinen Vertrag annullieren. Das kann so nicht in meinem. Komm schon, wie? Warum? Vorhin ging es doch so locker vom Hocker. Und jetzt bin ich hier der sterbende Schwan. Ich wollte Schimpfwörter benutzen, aber nein. Das ist nach wie vor eine Kinderserie. Ja, ich bin Peter Lustig. Ich bin der lustige Peter. Willkommen in meinem Kinderkochstudio. Mario. Mario. Du kleiner. Ich muss später, viel später, losspringen von dieser verkackten Plattform. Freut mich, freut mich. Hey, but how? How can I do this? How? I don't know how, why. I can't, I can't, I can't tell you. I can't tell you this shit. Ich verstehe es nicht. I just can't. Olli Bolli, I just can't. Gell? Aber Gulliver, wir müssen doch der Rast spielen, Mensch. Komm schon, komm schon. Geht's aber. Geht's aber. Ja, ja, ja. Mach, mach, das ist der Mario. Scheiße. Ja, das würde ich gerne mal genauer wissen. Ja, da an der Stelle würde ich gerne mal ganz genau nochmal reinhorchen. Oh mein Gerd. Ja. Ja. Mario, bleib doch mal auf dem Ding drauf. Wir müssen noch länger hier draußen warten. Right now. Right now. Du hast doch der Arsch offen. Ihr kennt sich alle den Ausdruck, du hast ja den Arsch offen, oder? Warum sagt man das? Ich meine, die meisten haben ja den Arsch offen, nicht wahr? Sonst ist er ja unbrauchbar. Ja. Jetzt. Right now, Derek. Okay, so. Also, jetzt. Zack, bum. Und. Und jetzt. Achtung. Bum. Oh mein Gott. Wisst ihr, was da steht? Fick dich, Spiele. Du wirst eh verrecken. Tja, ist mir gerade egal. Ist mir gerade egal. Ist das mal? Nein, 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 nein. Eigentlich kann der doch dann fliegen oder so. Wah, 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 wah. Jetzt. Bam, 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 bam. Okay, ich muss halt nochmal das speichern da hinten. Afterwards, directly afterwards. Also, hier mal speichern. Und dann natürlich, man kann es mir nicht verhindern, auch hier mal speichern. Oh mein Gott. Da kommt einfach, was ist da? Ja, ja, Yoshi, ja, klar. Gute, der Yoshi, der kennt sich aus. Gute. Ihr müsst. Hat er es einfach runtergeschluckt? Oh mein Gott. Was geschieht hier? Habt ihr gesehen? Da oben war einfach überall diese Scheißpflanzen. Er hat Angst vor der Scheißkette. Er springt auf die Kugeln drauf. Weil er einfach ein kleiner, kleinerer Frosch ist. Schildkröte. Aber wenn der, wenn der Ding kommt, der, dieser, wenn das kommt. Ah, schon eklig. Der ist schon eklig. So eine Kette. Ah, ich finde das schon eklig. Alter. Binde-Controller? Controller-Setup von vorne. Super. Ja, Leute, ich kann jetzt hier die Dinge nicht ändern, weil alles kaputt ist, weißt du? Ja, Leute, ich kann gerade das Ding, das Pad nicht ändern. Ich habe jetzt eh schon 30 Minuten aufgenommen und habe eigentlich nichts geschafft. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Daumen hoch geben? Ja, 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 ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.